Okay, wir starten direkt, ja? Du siehst intelligent aus. Ich hoffe, es diffundiert ins Gehirn. Ganz viel Methodenvielfalt, die extrem schnell wirksam sind, leicht zu erlernen sind und auch gut anwendbar sind. Also echt tolle Tools, macht richtig Laune damit zu arbeiten, weil man auch ganz schnell den Effekt sieht. Richtig toll. Ich bin der Etienne, ich bin 45 Jahre alt, habe zwei süße Kinder, fast schon aus der Magie draußen, die sind 16 und 18. Ich beschäftige mich eigentlich schon länger mit Lernen, Lernkompetenzen und bin schon ziemlich lang um IPE drum herum gekreist und habe mich jetzt dazu entschlossen, eigentlich dann auch diese Ausbildung zu machen. Ich fühle mich gut hier, sehr wohl. Tolles Klima, gute Atmosphäre. Die Teilnehmer sind alle sehr lernwillig und haben Spaß daran, auch was Neues zu lernen. Es wird einem auch leicht gemacht, hier zu lernen. Das ist auch die Art und Weise, wie vorgestellt wird und präsentiert wird, einfach eine lebendige Art und Weise. Und dieser Satz, es fällt eigentlich alles an die richtige Stelle, ist eine tolle Metapher für mich. Ich habe ziemlich wenig mitgeschrieben und das Gefühl sehr viel behalten. Also ich habe wirklich auch das gelebt, was gelehrt wird und das ist etwas, was ich wirklich sehr genossen habe jetzt in dieser Ausbildung und möchte es auch für mich eigentlich so beibehalten und auch weiter treiben. Er reißt einen wirklich mit in seine Themen. Also man merkt die Begeisterung bei ihm, das wirkt auch echt ansteckend. Obwohl ich eigentlich schon ein sehr positiver und optimistischer und manchmal auch wirklich ein mitreißender Typ bin, aber der übertrifft alles, also wirklich richtig toll. Die Art zu erklären mit seinen Metaphern, mit seinen Beispielen, also macht richtig Spaß auf mehr, ist eine tolle Geschichte und auch lerndidaktisch voll durchdacht. Also das ist was, wo ich für mich erkannt habe, sei es mit hypnotischen Sprachmustern, mit sonstigen, wo Dinge drin stecken, wo man wirklich merkt, der weiß, wovon er spricht. Und oft merkt man dann auch später, ah, das war jetzt dieser Rahmen, dieser Bogen, der dann wieder zusammenführt und aha und hat so viele aha Erlebnisse, die sind einfach toll, der macht das echt geschickt. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.